So, da bin ich wieder zurück nach dem Update mit den neuen Aufgaben. Ihr seht schon, Etablierer in die Geräteverbindung in der Nähe von Condo Canyon, Daily oder bei Tilted. Ich habe selber keine Ahnung, was wir machen müssen, aber ich denke mir, das sind wieder diese, ich sag mal, Holos, wo man hingehen muss und dann einfach den nächsten Auftrag bekommt. Diesmal anscheinend aber auch nicht in der Stadt, sondern wirklich deutlich davor. Ich gucke einfach mal, was uns erwartet. Und, wie gesagt, ihr seht hier die drei Punkte auf der Map markiert. Ich gehe zu dem einen hin. Ah, da sieht man es schon an der Brücke. Achtet halt immer auf diese blauen Punkte, aber ihr seht ja, wo ich lande, einfach auch da landen. Und so könnt ihr die Aufgabe ganz einfach lösen. Einfach, zack, genau, hier hingehen. Ich zeige es nochmal genauer. Dort einfach durchrennen und zack, habt ihr die Aufgabe gelöst. So, dann kommt als nächstes, wir hören erstmal zu. Immaginierten Ordens. Sie glauben, wir bauen Panzer. So können wir sie überraschen. Durchbrich mit einem Kuhfänger die Panzerbarrieren. Ah, wir müssen also die Panzerbarrieren kaputt machen. Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Und in dem Sinne auf jeden Fall danke für den Support. Gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Und in dem Sinne, haut rein.